30, 35, 40 Jahre, über 40 gelernt hatten, als Lehrlinge immer noch bei mir waren, da war ich ganz stolz drauf. Aber wie die Gesetze sind, wenn die dann nicht mehr arbeiten konnten, man ist in sich losgeworden, es gab dann kein Ende. Das war schwierig und ich hatte da Probleme und war aber immer noch stolz und gesagt, boah, der ist schon 40 Jahre bei mir. Und alle Händler, die da neu waren und aus dem Osten, die sagten, das kommt bei uns in Gefahr, bevor 10 Jahre um sind, werden die alle entlassen.